Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, heute geht es weiter in unserer Serie Erfolgreich werden, erfolgreich sein. Und im letzten Artikel, den ich auf meinem Blog veröffentlicht habe, ging es um die Frage, was Erfolg für dich bedeutet, welche Lebensbereiche für dich wichtig sind und welche Werte ja für dich am meisten zählen. Und wenn du den Artikel noch nicht gelesen hast, beziehungsweise ja dir die Folge angehört hast, dann kannst du die auf meinem Blog nochmal finden. Ich werde den Link dann auch in die Shownotes packen. Und jetzt wollen wir einfach in den nächsten Schritten, ja, das Thema Erfolgreich werden, erfolgreich sein, der ganzen Sache einfach nochmal tiefer auf den Grund gehen. Und vielleicht hast du ja auch, ja, dich schon mal gefragt, nach welchen Gesetzmäßigkeiten, ja, erfolgreiche Menschen vorgehen, ja, welche universellen Erfolgsgesetze es gibt und wie die dann eben halt auch anzuwenden sind. Und, ja, Gesetze für den Erfolg sind in der Regel immer die gleichen, ja. Du hast, wenn du einmal die Erfolgsgesetze verinnerlicht hast, dann kannst du ja diese immer und immer wieder in den verschiedenen Situationen in deinem Leben einfach anwenden. Vielleicht hast du auch schon mal was von einem Mann namens Napoleon Hill gehört. Napoleon Hill hat in der Zeit von 1863 bis 1970 gelebt. Er war US-amerikanischer Schriftsteller, ja, und war, wenn du so willst, einer der größten, ja, Erfolgsautoren seiner Zeit. Und du kennst bestimmt auch sein Buch, Denke nach und werde reich. Wenn nicht, kann ich dir nur empfehlen, dir das Buch, ja, nochmal zu besorgen und es durchzulesen. Und dieses Buch, ähm, Denke nach und werde reich, der Originaltitel lautet Sing and Grow Rich, äh, wurde, ja, bereits, ja, mehr als 60, ja, Millionen Mal verkauft, wenn man den Zahlen, die man so im Internet findet, dann eben auch vertrauen kann. Ähm, Napoleon Hill war jetzt nicht gerade jemand, der reich geboren wurde, sondern er wuchs eigentlich in eher, ja, ärmlicheren Verhältnissen auf. Seine Mutter, ähm, starb bereits als Napoleon Hill, ich glaube, acht Jahre alt war und im Alter von 13 Jahren hat er, ähm, ja, dann begonnen für eine Lokalzeitung zu schreiben, hat ein Jurastudium begonnen und hat es dann quasi dementsprechend auch absolviert und hat dann eben im Zuge, ja, seiner Nebentätigkeit als Journalist dann, ähm, quasi, ja, über mehrere Umwege den Industriellen Andrew Carnegie kennengelernt und Carnegie war zu dem Zeitpunkt als, ähm, Healing kennenlernte, einer der reichsten Menschen der Welt und er hat anscheinend bei Carnegie so einen, äh, bleibenden Eindruck hinterlassen, dass er ihn quasi beauftragt hat, ähm, einfach mal Selfmade-Millionäre quasi zu befragen, nach ihren Erfolgen und herauszufinden, welche Formel hinter den, ja, den Erfolgen steckte und sollte dann eben alles quasi zu einer Formel zusammenfassen, die es ermöglichte, dass jeder Mensch, ja, dementsprechend erfolgreich werden kann und aufgrund dieser, ja, Forschungsarbeiten hat dann Napoleon Hill eben, ja, die zu seiner Zeit erfolgreichsten Menschen nach ihrem Rezept für Erfolg, ähm, quasi Befragten interviewt und da entstand eben unter anderem auch, ja, dann die 16 Erfolgsgesetze und, ähm, ja, und die wollen wir uns jetzt einfach im, im Folgenden einfach mal einen ganz kurzen Überblick drüber verschaffen, weil diese alle in einer, ja, in, ich sag mal, in einem, in einem Rutsch, ähm, zu besprechen macht weniger Sinn, ähm, deswegen schauen wir uns jetzt hier im Folgenden einfach mal die 16 Erfolgsgesetze an, verschaffen uns einen groben Überblick und dann in den folgenden, ja, ähm, ja, Ausgaben dementsprechend, ja, tiefer in die einzelnen Erfolgsgesetze, ja, einzusteigen. Im Übrigen sind diese, äh, 16, ja, Erfolgsgesetze auch kostenlos und als Download verfügbar und ich werde dir auch den Link, ähm, dazu nochmal bereitstellen, wo du dir diese einfach dann ganz kostenlos, ja, herunterladen kannst. Okay, dann lass uns aber im Folgenden mal die einzelnen Lektionen genauer betrachten und uns einfach mal einen groben Überblick dementsprechend verschaffen. Erfolgsgesetz Nummer 1 ist das Mastermind. Äh, unter Mastermind, ähm, kann man hier verstehen, dass man, ja, ein, zwei oder mehrere Menschen, ähm, zusammenbringt, ja, und die Gedanken dieser Menschen zusammenbringt, um daraus, ich sag mal, ein neues Bewusstsein für, für eine, für eine gewisse Aufgabe zu kreieren, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, ähm, auf das dann quasi die ganze Gruppe zurückgreifen kann. Das heißt, man bündelt quasi das Wissen mehrere Menschen und stellt es dann dementsprechend den einzelnen, ja, äh, Mitgliedern der Mastermind zur Verfügung. Es ist, wenn du so willst, eine Allianz mehrerer Personen und, ähm, in dieser Lektion, in diesem Erfolgsgesetz, ja, wirst du, äh, genau, äh, ja, oder wird dir ganz genau erklärt, was du unter dem Begriff Mastermind verstehst, ja, wie du, ja, mit einem, mit einem Mastermind, mit einer Mastermind-Gruppe arbeitest und wie du dir eben eine starke Allianz schaffst, und das werden wir uns dann dementsprechend beim nächsten Mal ganz genau, ja, anschauen. Das, der, das zweite Erfolgsgesetz ist, du brauchst ein zentrales Ziel, ja, und im zweiten Erfolgsgesetz geht es einfach darum, ähm, ja, wie, oder warum ein zentrales Ziel so, von so enormer Bedeutung ist, wie du dir ein Ziel richtig setzt, wie du dann einen Plan erstellst, anhand dessen du dein Ziel erreichen kannst, und vor allen Dingen, ja, welche Schritte du dazu gehen musst, welche Schritte notwendig sind. Und hier kommt auch dann wieder, ja, das Erfolgsgesetz 1 zu tragen, ähm, wie du dann quasi deinem Mastermind-Team, ja, dazu einsetzt, damit sie dir quasi beim Erreichen, ja, deiner Pläne helfen oder dich beim Umsetzen deiner, deiner Pläne dann dementsprechend unterstützen können, um dein Ziel dann auch tatsächlich zu verwirklichen. Das dritte Erfolgsgesetz, da geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Ähm, Angst ist etwas, was die meisten Menschen zurückhält und sie von dem Leben entfernt, was sie eigentlich, ja, leben wollen, was sie sich eigentlich wünschen. Die Angst lässt sich aber bekämpfen, indem man, ja, quasi sein Selbstbewusstsein stärkt. Und Selbstbewusstsein ist, wenn du so willst, die Geheimwaffe gegen die Angst und, und wie gesagt, im Gesetz Nummer 3 lernst du dann eben, ja, die wichtigsten Grundängste des Menschen kennen und vor allen Dingen, wie du, ja, sie erkennen kannst, wenn sie auftauchen und wie du sie dann dementsprechend besiegst. Du bekommst eine Formel, ja, wie du, ja, dein Selbstbewusstsein auf Vordermann bringen kannst und wie du, ja, dein Selbstbewusstsein quasi täglich, ja, dementsprechend stärken kannst. Erfolgsgesetz Nummer 4 ist die Gewohnheit des Sparens, weil die meisten Ziele erfordern auch Geld oder lassen sich halt eben nur durch Geld erreichen oder durch Geld umsetzen. Und in diesem Gesetz erfährst du dann, wie man richtig sparen sollte und wie viel man sparen sollte und noch vieles, vieles mehr. Im fünften Erfolgsgesetz geht es um das Thema Eigeninitiative und Führungsqualitäten. Und hier wirst du ganz klar lernen und feststellen, warum du keine Führungskraft ohne Eigeninitiative, ohne Selbstbewusstsein werden kannst. Du wirst aber auch erfahren, wie du, ja, das Ganze entwickelst, ja, wie du es schaffst, dass du, ja, an dich selbst glaubst. Du erfährst, was Eigeninitiative ist und wie die, ja, Gewohnheit Eigeninitiative, ja, wie du dir das antrainieren kannst, wie du dir das angewöhnen kannst. Dann kommen wir zum Erfolgsgesetz Nummer 6. Das ist das Vorstellungsvermögen. Napoleon Hill beschreibt das Vorstellungsvermögen wie so eine Art Werkstatt des menschlichen Bewusstseins. Er meint, dass einfach dort alte und neue Ideen sowie Fakten zusammengebracht werden, ja, und dann eben ein neuer Fall oder quasi eine neue Art der Verwendung, ja, dazu erschaffen wird. Ja, es wird quasi eine neue, also es wird altes Wissen mit neuen Ideen, mit Fakten quasi vernetzt und daraus wird eben was ganz Neues dementsprechend erschaffen. Und das Vorstellungsvermögen wird oft eben auch als Schöpferkraft der Seele bezeichnet. Und wenn du dieses Erfolgsgesetz für dich verinnerlichst, dann wirst du erkennen, wie wichtig, ja, dass dein eigenes Vorstellungsvermögen ist. Denn zuerst kommt das Denken und die Gedanken, das, was gedacht wird, wird dann erst Realität, indem wir Pläne entwickeln und das Ganze dann in die Tat umsetzen. Alles, was auf der Welt jemals erschaffen wurde, wurde zuerst in den Gedanken konstruiert und kreiert. Ja, also am Anfang steht immer zuerst die geistige Vorstellung. Und wie du dann eben dieses Ganze anwendest, das erfährst du im Gesetz Nummer 6, Vorstellungsvermögen. Dann haben wir das Erfolgsgesetz Nummer 7, Begeisterung. Und alles, was Menschen inspiriert und zur Tat anspornt, das kommt eben aus der Begeisterung raus. Und Begeisterung ist nichts, was man, ja, einfach so mitbekommt, sondern Begeisterung ist ein Geisteszustand, es ist eine Haltung, ja, und Begeisterung wirkt einfach ansteckend auf andere Menschen. Und du kannst nur erfolgreich werden, wenn du andere Menschen ansteckst, ja, mit deiner Begeisterung. Und egal, ob du was verkaufen willst, ob du anderen Menschen für dich, für deine Mission oder für deine Idee gewinnen willst, Begeisterung ist der Schlüssel, der dieses Ganze eben einfach möglich macht. Und unter anderem erfährst du, ja, in diesem Kapitel, ja, dass Erfolg bzw. Begeisterung eben keine Sache des Zufalls ist, sondern dass du, ja, Begeisterung, ja, bewusst kreieren kannst, ja. Und wie das funktioniert, das erlernst du quasi in diesem Erfolgsgesetz, lernst du das eben kennen. Dann, Erfolgsgesetz Nummer 8 ist das Thema Selbstbeherrschung. Manchmal, wenn die Begeisterung so überschwappt, ja, dann kann das manchmal auch in eine falsche Richtung führen, ja. Und deswegen gilt es, dass du deine Begeisterung, ja, in richtige Bahnen lenkst. Und das geschieht eben durch das Thema, ja, Selbstbeherrschung. Und damit es eben nicht in Chaos ausartet, sondern dass deine Begeisterung zielgerichtet zum Erfolg führt, ja, ist eben Selbstbeherrschung notwendig. Und wie du das Ganze machst, ja, wie du deine Begeisterung in die richtigen Bahnen lenkst, ja, das erfährst du, ja, in diesem Erfolgsgesetz. Des Weiteren erfährst du halt, wie man Freundlichkeit erzeugt, warum Freundlichkeit so wichtig ist, warum Unfreundlichkeit eben andere Menschen abstößt und Freundlichkeit eben, ja, gute Menschen, ja, dementsprechend weiter anzieht. Kommen wir zu Erfolgsgesetz Nummer 9. Unverlangte Extraleistungen. Wie wichtig das ist, dass man das, was man tut, einfach liebt, ja, das zeigt das Beispiel von vielen Menschen in ihrem Beruf, ja. Viele Menschen sind in ihrem Job frustriert und das führt nicht nur zu Krankheit, sondern eben auch halt Unzufriedenheit, ja, und man sieht es den Menschen an. Du brauchst einfach mal morgens in die Straßenbahn einzusteigen und die Menschen um dich zu beobachten. Da siehst du ganz genau, ja, wer seinen Job liebt und wer nicht. Wenn eben ein Mensch, ja, mit seiner Tätigkeit, die er ausübt, die er liebt, ja, dann kann er damit viele Stunden verbringen, ohne dass es ihm vorkommt, wie Arbeit oder dass er dabei müde wird. Bei einer ungeliebten Tätigkeit, da ist es jedoch so, dass man, wenn man auf die Uhr guckt, das Gefühl hat, dass der Zeiger sich gar nicht weiter bewegt und der Feierabend, ja, ihn noch so weiter ferne dann dementsprechend ist, ja. Und wenn wir etwas, also wenn du in etwas richtig gut werden willst, dann ist es wichtig, dass du in deiner Tätigkeit auch, ja, Spaß und Erfüllung findest, ja, und dass du das Ganze nicht nur machst, um Geld zu verdienen. Geld verdienen ist wichtig, aber du solltest auch Erfüllung in dem finden, was du tust. Und nur dadurch ist es eben auch möglich, Ausdauer zu erreichen in dem, was man tut, an schwierigen Situationen zu wachsen und dran zu bleiben. Und in diesem Erfolgsgesetz lernst du alles, was du wissen musst, ja, damit du, ja, deinen Ansporn eben hochhältst, dass du deine brachliegenden Kräfte, ja, aktivieren kannst. Kommen wir zum Erfolgsgesetz Nummer 10, ein sympathisches Wesen. Ein Mensch ist dann anziehend auf andere, ja, wenn er andere Menschen anzieht. So einfach ist es manchmal. Aber warum ist jetzt der eine Mensch, wirkt auf andere Menschen attraktiv, während der andere Mensch, ja, sich vielleicht selbst im Weg steht, ja, und andere Menschen eher von sich abstößt. Um das herauszufinden, darum soll es in dem Kapitel sympathisches Wesen gehen. In dem Kapitel, oder in diesem Erfolgsgesetz, ja, da gehen wir auf alles ein, was du wissen musst, um ein sympathisches Wesen zu werden, falls du es nicht schon bist. Und davon gehe ich mal ganz stark aus. Erfolgsgesetz Nummer 11, geistige Klarheit. Hier geht es um ein Prinzip, das sich quasi durch alle Erfolgsgesetze hindurchzieht. Und in dieser Lektion, ja, in diesem Erfolgsgesetz geht es darum, eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Kraft und welche Stärke, welche Macht unsere Gedanken haben. Und darum geht es eben in dem Erfolgsgesetz Nummer 11. Erfolgsgesetz Nummer 12 ist das Thema Konzentration. Unter Konzentration versteht Napoleon Hill ja quasi die Ausrichtung auf einen bestimmten Wunsch. Ja, und zwar das andauernd, ja, also die andauernde Ausrichtung auf einen bestimmten Wunsch. Und zwar so lange, bis Mittel und Wege zu seiner Erfüllung quasi ausgearbeitet wurden und diese dann erfolgreich in die Tat umgesetzt worden sind. Ja, man könnte auch sagen, es geht hier um die Fokussierung. Und du erfährst eben in diesem Erfolgsgesetz, ja, alle Schritte, die du gehen musst, um wünschenswerte Gewohnheiten quasi dir anzueignen und zu erzeugen. Erfolgsgesetz Nummer 13, das Gesetz der Kooperation. Hier geht es darum, dass du ja das Wissen vermittelt bekommst, ja, was, alles, was du über, ja, Kooperation wissen musst. Du lernst außerdem die 15 Kräfte kennen, die ja quasi nur darauf warten, deine Befehle ja in die Tat umzusetzen und die dir dabei helfen, ja, und dich bei deinem Erfolg unterstützen. Erfolgsgesetz Nummer 14 ist dann, ja, Rückschläge. Bei vielen Menschen ist das Wort oder der Begriff Fehler, Scheitern, Misserfolg oder auch Rückschläge einfach sehr, sehr negativ belegt. Und in diesem Erfolgsgesetz werden wir uns dann einfach anschauen, ja, wie du, ja, mit Niederlagen und Rückschlägen umgehen kannst, wie du sie dazu nutzen kannst, ja, deinen Erfolg noch weiter zu festigen und auszubauen und wie du einfach, ja, deine, deine Wahrnehmung dementsprechend verändern kannst, so dass du, ja, Rückschläge, Fehler und Misserfolge nicht als etwas Schlimmes anziehst, sondern als etwas, was dich auf deinem Weg zu deinem Erfolg unterstützt. Dann haben wir noch das Erfolgsgesetz Nummer 15, das ist das Thema Toleranz. Intoleranz und Ignoranz, ja, das sind die Formen, die man zuerst mal überwinden muss, ja, damit sich dauerhafter Erfolg im Leben einstellen kann. Intoleranz, Ignoranz, das sind nicht nur die Ursachen für, ja, eigentlich sind es die Ursachen für alles Üble in der Welt, ja, sei es jetzt ein Krieg, sei es die Alltagsstreitigkeiten vielleicht im Geschäftsleben oder die Streitigkeiten mit dem Nachbarn. Intoleranz vernebelt quasi so ein bisschen den Geist, ja, und somit verhindert es einfach den Fortschritt der eigenen Entwicklung. Und wie du diese Intoleranz besiegst und dir Toleranz aneignest, das erfährst du, ja, in diesem Erfolgsgesetz. Und last but not least, Erfolgsgesetz Nummer 16, die goldene Regel. Wenn du, ja, bis zu diesem Erfolgsgesetz hier beibleibst, ja, dann hast du, ja, schon die wichtigsten Erfolgsgesetze kennengelernt. Und im Erfolgsgesetz Nummer 16 geht es dann einfach um die goldene Regel, nämlich dir einen praktischen, gangbaren Weg aufzuzeigen, wie du die bisher erlernten Erfolgsgesetze in deinem Alltag anwenden und umsetzen kannst. Du hast nun jetzt eine kurze Übersicht, ja, über die 16 Erfolgsgesetze von Napoleon Hill, ja, bekommen. Und wie gesagt, in den folgenden werden wir auf jedes Erfolgsgesetz im Einzelnen eingehen. Und ich werde dir einfach dann auch meine Interpretation zu diesen Gesetzen dann dementsprechend, ja, nennen. Und wenn jetzt das Ganze hier für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Info, ja, mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen diese Information interessant ist. Wenn du Fragen, Anregungen hast, dann freue ich mich über einen Kommentar von dir. Gib mir vielleicht einen Daumen hoch, ein Like oder was auch immer. Ja, ich freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.